Dieses Modell, der Baureihe 130, ist in spurweiter TT und stammt aus dem VEB Berliner TT-Bahn. Das Modell wird über vier Radsitze angetrieben, wobei zwei mit Haftreifen ausgestattet sind. Die Lok besitzt eine Stirnbeleuchtung, die entsprechend der Fahrtrichtung aufleuchtet und selbstständig wechselt. Die Länge über Puffer beträgt 158,5 mm. Die Originallokomotiven hatten im Gegensatz dazu eine Länge über Puffer von fast 21 Metern. Daher ist das Modell ein wenig zu kurz geraten. Mit einer Dienstmasse zwischen 116 und 127 Tonnen brachten die Originallokomotiven es je nach verbautem Motor auf 100 bis 140 Kilometern die Stunde. So wurden zwischen 1970 und 1982 insgesamt 800, 73 Lokomotiven dieser Baureihe in der Lokomotivfabrik Vorosilowgrad, dem heutigen Luansk, gebaut und in die DDR importiert. Bei der genannten Anzahl sind allerdings genau genommen hunderte Loks dabei, die eigentlich zur Baureihe 131 gehören. Die Vorgeschichte der Baureihe 130 ist allerdings etwas länger. Schon 1966 beschloss der Ministerrat der DDR den Traktionswandel von Dampf auf Diesellokomotiven. Den Gedanken eines direkten Umstiegs auf E-Loks wurde aus vielerlei Gründen verworfen. Neben Materialmangel wurde auch nicht genügend Strom produziert, um entsprechend viele E-Loks zu versorgen. Hinzu kam, dass auf dem Gebiet der DDR sowohl Bahnstromanlagen als auch elektrische Lokomotiven als Reparationszahlungen an die Sowjetunion abgegeben worden waren. Diese ließen sich nicht nebenbei ersetzen. Daher rührte der Beschluss, den Dampflokomotivbetrieb durch Diesellokomotiven abzulösen. Insbesondere, weil diese Vorgehensweise auch mit geringeren Kosten verbunden war, musste man doch keine Strecken elektrifizieren und keine zusätzlichen Kraftwerke bauen. Dies eröffnete jedoch ein neues Problem. Die Betriebe, die in der DDR Lokomotiven produzierten, waren bereits mit den Aufträgen aus dem In- und Ausland für den Bau von Diesellokomotiven mit niedrigen bis mittleren Leistungsklassen voll ausgelastet. Daher beschloss man innerhalb des Rates für gegenseitige Wirtschaftshilfe, dass entsprechende Dieselloks der höheren Leistungsklasse in der UdSSR zu bauen seien. Entsprechend entwickelte man in der Lokomotivfabrik Voroschilowgrad die Baureihe V200 weiter, angepasst nach Wünschen der Deutschen Reichsbahn. Allerdings wurde letztendlich der Wunsch nach einer dieselhydraulischen Kraftübertragung nicht verwirklicht. So bekamen sie eine diesel-elektrische Kraftübertragung. Leider hatte die ausgewählte Lokomotivfabrik keinerlei Erfahrungen mit dem deutschen Bahnstromsystem. Daher wurden die Lokomotiven dieser Baureihe behelfsweise ohne Zugheizung ausgeliefert, was zwar im Sommer kein Problem war, aber sie im Winter für Reisezüge nicht einsetzbar machte. Ein weiteres Problem kam noch dazu. Der Streckenausbau kam nicht so schnell voran wie gewünscht, sodass die entsprechenden Züge letztendlich die angepeilte Maximalgeschwindigkeit von 140 Kilometern die Stunde gar nicht erreichen konnten. Daher wurde der Auftrag gestoppt und es blieb bei 80 Loks der Baureihe 130. Nach baulichen Veränderungen ging dann die Produktion aber als Baureihe 131 weiter. Der Prototyp der Baureihe 130 wurde schon 1970 auf der Leipziger Frühjahrsmesse präsentiert. Interessanterweise hatte die Lok zu diesem Zeitpunkt noch die Bezeichnung V300001. Sie galt aber nur für diese Ausstellung. Bei der späteren Inbetriebnahme hatte sie schon die EDV-Bezeichnung als Baureihe 130. Nach der deutschen Wiedervereinigung bekamen die Loks dieser Baureihe letztendlich die Baureihe 230 zugeordnet, wurden allerdings schon bis 1994 ausgemustert. Heute sind noch vier Loks dieser Baureihe erhalten, wovon eine sogar betriebsfähig ist.